So meine Freunde, damit herzliches Willkommen zurück zu Kinky-Konky. Ja, wir sind wieder mal dicht auf den Fersen von einem Kleinaffen. Äh, ja. Dementsprechend. Oh. Oder wir können sie verbrennen, hä? Oh mein Gott. What? Noch da hinten. Oh mein Gott. Really? Wo ist das Ding? Oh. Perfekt. Das war der größte Fail, den ich je hatte, glaube ich. Ohne Spaß. Junge, warum wirft der denn dazwischen? Dieser scheiß Busch hier auch, ne? Boah, super. Wir haben keine Munition mehr, wir sind am Arsch. Oh. 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 Vier Reserve-Magazine. Wir brauchen zwei Hebel. Okay, dann holen wir den einmal. Bye. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wo kriegen wir das Feuer jetzt her? Muss ich jetzt ganz zum Anfang rennen? Halt die Klappe. Halt die Klappe. Halt die Klappe. Halt die Klappe. Oh, was sind denn das für Legs jetzt hier? Halt die Klappe. 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 Gute Arbeit, Jack. Halt die Klappe. 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 No eh. Halt die Klappe. uge sehr lebit ist. Warum schreit der so? Alter! Oh, mein Herz. Ja. Oh, mein Herz. 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 Und jetzt? Ach, hier lang. Okay. Warum schreit der so? Oh, hi. Das ist einfach nur ein Busch? Oh, oh. Hm. Wow. Was ein super Held. Och, Junge. Äh. Mein Gott, geht es eigentlich noch langsamer? Oh. 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 Das glauben Sie eh nicht. Für eine Art Gorilla. Er ist riesig. Er muss mindestens acht Meter groß sein. Kommen Sie. Wir müssen Anne finden. Und beten Sie, dass es ihr gut geht sonst. Haze. Ein Reserve-Magazin. Karl. Hier. Nur noch einen. Hm? Einen brauchen wir noch. Ach so. Super. Natürlich muss ich den wieder suchen. Ach da ist er doch. Jack. Hier sollten wir durchkommen können. Komm. Bereit Jack. Komm. 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 Oh ja. Nein, das war nicht Kong. Das war etwas anderes. Vielleicht noch ein Dino. Oh Gott. Oh. Leute, ich bin mir echt unsicher, aber ich glaube das geht jetzt gleich echt scheiße. Ich kann mich grob daran erinnern, dass das ein echt scheiß Level wird. Genau deswegen. Oh Gott. Also ich glaube hier werden wir oft verkacken. Oh Gott. 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 Oh, endlich. Ich bin noch. Oh, hey. Ich bin noch. 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 Ich bin noch.